Aber es hat sich uns eine Tür aufgetan und ich möchte jetzt hier nicht runterspringen, weil meine Herzen wertvoll sind, kostbar, äh Herzen, ja genau. Auf sowas falle ich nicht rein, du fieser Dungeon-Embauer, beziehungsweise Namensverwitterung. Also da war der Eingang, hier waren die Kissen mit den Skeletten und hier ging es dann weiter an der Wendeltreppe runter. Und es gibt so seine Gründe, warum ich in Minecraft nie Wendeltreppen baue, wo in der Mitte ein tiefes Loch ist. Aber diesmal hat es sogar geklappt. So, diese Fackeln, die aus sind, da habe ich dunkle Erinnerungen an das erste Dungeon. Die erste Folge namens der brennende Stock. Eine Spinne, kein Problem. Haben wir noch einen goldenen Schlüssel? Nein, den haben wir schon benutzt. Super. Wow, ein Skelett. Zwei Skelette. Und ich tippe mal an, dieser Truhe da oben ist wieder ein Schlüssel drin. Der uns bei diesen nicht brennenden Fackeln, oder für diese Tür, ähm, naja, es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Verdammt. Also ich merke schon, dass, das wird hier wieder was. Und ich nehme gleich mal was zum Essen in die Hand. Bevor wir hier noch kläglich verrecken. Och du liebe Scheiße. Ja, das wird wirklich noch was. Hä? Hä? Die hält gar nichts auf? Äh, meine Queen2Jelly, die darf mich doch nicht im Stich lassen, Mensch. Na gut, dann probiere ich mal das blaue Zeug. Hält das zu wenig? Ja, das hält das auf. Perfekt. So, also mal kurz gucken. Ich kann da lang erstmal hier hochspringen. Verdammt, war ich jetzt zu langsam. Also ich kann das kleine Dingens hoch und dann darüber zu dem großen. Oder auch nicht. Ähm, also ich könnte jetzt, darüber zu dem großen, ich könnte darüber, wenn ich darüber zum großen gehe, wo ich sowieso irgendwie nicht hinkomme. Oh, wir haben nur noch ein blaues Dingens. Ach du Kacke, ey. Das, das gibt's doch jetzt nicht. Also da komme ich eigentlich nicht rüber. Das sieht auch so aus, als würde ich nicht rüberkommen. Na, so komme ich ja rüber. Perfekt. Und dann kann ich hier ganz gemütlich von Liane zu Liane springen. Mehr oder weniger ganz gemütlich. Tarzan! Nein! Oh Gott. Schlechter Tarzan. Tarzan Nummer 2! Tarzan Nummer 4! Ja, 4, klar. Ist sicher, verzähl ich mich auch noch. Bei 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt kommt aber Tarzan Nummer 4. Und diesmal... Schau ich das so, wenn ich mich hier hinkniee? Ah ja, perfekt. Perfekt. Äh... Wow! Hey, ist ja geil. Also jetzt müsste ich hier nur... Irgendwann mal aufhören zu... ...ducken. Knien. Was auch immer. Okay, ich glaube wir sind bei Nummer 6. Tarzan Nummer 6! Verdammt. Ich schieb's jetzt mal wieder auf die Tastatur. Ich schieb's wieder auf die Tastatur, weil ich war das definitiv nicht. Wie konnte ich auf solche Ideen? Ich würde bei sowas niemals runterfallen. Hm... Ja, ja. Also falls irgendjemand einen Fly-Mod für Adventure-Craft hat, ich wäre ihm sehr dankbar. Das soll man wohl nicht machen in den Let's Plays zu cheaten, aber... Ja, sorry, aber... Ich verzweifle nun mal manchmal bei so einfachen Sachen. Dann muss ich das halt mal machen. Ich muss! Okay, jetzt, ähm... Muss ich irgendwie da rüberkommen. Okay, 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 bleib da rum. Bleib immer schön da rum. Waaah, verdammt. Ich hasse es. Ach man. Ja, ja, das kann auch so seine Weile dauern. Ich überlege gerade, so wie ich es ja auch vorher schon gemacht habe, weil ich ja die Map eigentlich jetzt nicht so, äh, keine Ahnung, über 100 Folgen ziehen lassen will, dass ich, ähm, einfach Off-Stream kurz weitermache und manche denken vielleicht, dass ich da cheaten würde, aber nein, ich cheate definitiv nicht. Ich weiß nicht mal, wie das geht bei AdventureCraft. Ganz, ganz ehrlich, ja? Naja, also, ähm... Ihr kennt das ewige Spiel. Ich melde mich zurück, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. So, und damit wieder zurück. Und ich will ja nicht lügen, sondern ehrlich sein. Ähm, ich habe mir hier selber einen kleinen Parcours gebastelt aus Couple Stones. Mehr oder weniger ein Parcours. Ähm, in dieser Kiste... War das Ding da drin? Keine Ahnung, was man jetzt damit machen kann. Aber ich sollte auf jeden Fall mal wieder was essen. Was kann ich denn hier essen? Das grüne Zeug hat ja nicht wirklich was gebracht. Ähm... Ich probiere mal das, ob ich das essen kann? Nein. Äh, was kann ich hier genau essen? Ich habe... Ach, Mann, ey. Apfel... Ja, aber einen Apfel brauchen wir auf jeden Fall noch. naja also ich habe jetzt herausgefunden wie man ja in anführungsstrichen schieten kann einfach eine taste drücken welche findet selber probieren war ein aller ist es nicht es alle f-tasten durch und die jetzt gott to move the cube used the power club was fast weit pass weit weg pull ja wie schwer ja aber das ding ist total geil kann man damit alle blöcke bewegt nein schade wäre auch dann zu geil gewesen also da waren doch vorher bei diesen ventilatoren waren noch die blöcke über der wendeltreppe ich glaube das war da auch wo man die blöcke verschieben konnte vielleicht ist ein entscheid oder so dahinter ich glaube sehr dass wenn du so ein schmuckstück toll bringt nicht viel nein man kann es gebrauchen oh ok ich bin jetzt leider gleich tot naja die viecher geben uns ja zum glück herzen und tot jawohl so also die viecher nicht ich wo war denn jetzt dieses dingens da da war der ausgang da war nur das mit der kiste und jeweils die wendeltreppe wo war dingens ja hier wo die ventilatoren waren das war schon in dem dann schon oder ich dächte eigentlich schon ok ich habe jetzt ehrlich gesagt keine ahnung wohin vielleicht ist dahinter ja irgendwas ich schieb das jetzt mal alles hier ein bisschen so in eine ebene wo sind ctrl strg ist das doch oder nein doch aber was muss ich denn jetzt nicht das wird auch noch jedes zweite mal und man kann es einfach nicht in die richtung hier ziehen ja wahrscheinlich was muss ich denn jetzt hier machen weil jeden blog kann ich damit ja nicht bewegen also erstmal das ding hier ein sollen wir sagen wir ja trotzdem noch alle ein obwohl wir unendlich viele aber wo ging es hier jetzt weiter mensch ich habe irgendwie das scheiß gefühl dass ich mich schon wieder verlaufen habe das ist scheiße mensch ich will nicht mich verlaufen haben so also ging es hier noch irgendwo war hier irgendwo ein eingang da war nix na du auch noch nee definitiv nix so und da bin ich wieder zurück und zwar bin ich nicht mehr unten wo ich vorher war sondern ich habe jetzt den goldenen schlüssel auf mehr oder weniger unfaire weise geholt weil es bei mir anscheinend verpackt war dann ist es ja eigentlich wieder fair also bei mir war das ganze hier verpackt die tür oben die wir vorher schon mit den goldenen schlüssel geholt haben die sollte eigentlich offen sein war es aber nicht aber jetzt muss ich ja kurz diesen erdblock hier entzogen na toll wir haben noch ein herz geil okay das war uns kein herz dreiviertel herz na jetzt habe ich auf jeden fall den goldschlüssel hier geholt und aber wir werden eh verrecken dann okay okay